Wenn dein Mut sich dir verweigert, übertrifft deinen Mut. Emily Dickinson und Cheryl Strait. Oh mein Gott, was hab ich getan? Es tut mir leid, dass du 1000 Meilen laufen musst, nur um... Beende den Satz. Warum muss ich 1000 Meilen laufen? Gute Reise, Cheryl. Fühlst du dich einsam? Im echten Leben fühle ich mich einsamer als hier draußen. War wohl ne harte Trennung, was? Trennung ist etwas zu kurz gefasst. Oh, wie seh ich dich liebe. Ich vermisse dich. Oh Gott, ich vermisse dich so. Meine Mutter war die Liebe meines Lebens. Komm zurück! Sie nehmen Heroin und sie schlafen wahllos mit jedem. Haben Sie mal daran gedacht aufzugehen? Nur alle zwei Minuten oder so. Ich hab schon oft aufgegeben. Bei meiner Arbeit, bei meinen Ehen. Befreuen Sie irgendwas davon? Ich hatte keine Wahl. Es gab auf meinem Weg nie eine Gabelung. Hier sind ein paar Fragen, die ich mir stelle. Was, wenn ich mir vergebe? Was, wenn es mir leidtut? Aber selbst wenn ich in die Vergangenheit reisen könnte, würde ich nicht eine Sache anders machen. Was, wenn all das, was ich getan habe, mich genau hierher gebracht hat? Mann und Frau. Welche ist die Frau? Beides. Was wollen Sie von mir? Ich kann nicht mehr. Ich bin ein mieses Tag hinterher. Ich bin einėj清 tier. Ich bin eines Tag. Ich bin ein weer 一oles. Und ich bin ein weiteres Tag. Ich bin ein äh.